Die Hexe Starah Yariba lebte am Ende der Welt. Mit ihren vier Armen und Beinen packte sie die kreischenden Katzen und flog in die Nacht. Potsblitz! Das wollte ich nicht! Ich will hier raus. Heiliger Sonnenschlagsprobe! Hörst du das Feuer! Los, komm! Wir sind wild, wir sind gut, wir sind heiß, wir sind ruhig. So cool, so cool! Und noch nie waren wir besser als heute und wir. Leon, Dennis, Rabban, Maxi, Markus, Juli, Marlon, Kloschka und Vanessa zeigen dir, zu gewinnen, dass es unser Ziel. Doch dann! Mach eine neue Macht in unser Leben hinein. Ich bin Gonzo Gonzalez. Der blasse Vampir. Sie ergriff Besitz von Vanessa. Ja, sie hat es erwischt. Vanessa! Wo bist du hin? Wir vermissen dich. Du brauchst gar nicht mehr wiederkommen. Bitte! Nie wieder! Und dann war alles aus und vorbei. Aber dann gibt es die wilden Kerle nicht mehr. Alles ist gut! Solange du weltfest! Sei wild! Gefährlich und welt! 1, 2, 3! Uahhhh! 1, 2, 3! Wieaa! Wieaaahhh! 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 Die wilden Kerle zwei, jetzt noch wilder.